hallo meine leute und herzlich willkommen zu chivalry 2 und zwar haben wir im letzten in der letzten folge haben wir ein bisschen ja was freigeschalten ja mal geguckt können wir mal gucken jetzt können wir hier mal beim profil klassen mal uns ein bisschen hier alles mal angucken bevor wir jetzt loslegen und ja dann hätte ich mal gesagt schauen wir uns mal hier alles an und gucken mal ein bisschen hier das spiel zu verstehen und weil ich denke wir müssen uns hier ein bisschen reinlesen wir sehen hier auf jeden fall was wir mit wie getötet haben beziehungsweise die anzahl arsenal anpassung hier agatha das hatten wir schon damals die agatha es wiesel ist doch perfekt hier perfekt es ist was auch cool wäre so ein waldläufer so ein schatten her das schatten kommt schon in den speer recht hier okay wir können hier die klassen aber wir können nur wir können nur die die dinge uns das können wir auch irgendwann mal da die waffen da die waffen rostige schwert was dort schwert da haben wir noch nicht viel bin ich mal gucken was hatten wir hier vor die vor gut haben wir die level 2 rüstung set da können wir dann okay dann können wir dann hier alles frei spielen okay und hier dann auch mit den wappen das auch ganz cool so zwei hand also wir haben immer eine zwei hand war von was dann haben wir auch mal fetten können wir das wenn wir denn im besitz okay kurz schwert hätte ich gern das können wir jetzt freischalten oder carolina aber das haben wir ja schon alles okay sind die dann schon im laden okay anpassung haben wir jetzt mal geguckt können wir dann einstellung gute haben wir eine steuerung sowas ja gut kommen dann develop message mal gucken okay also einfach nur ein hinweis dass die invasion begonnen hat die wir jetzt spielen können die tenosianische invasion ach komm probieren wir mal probieren einfach mal fangen wir mal direkt hardcore der racing of us candy ja ja ich bin so glücklich ich habe jetzt auch mein pc ein bisschen aufgepasst habe eine neue grafikkarte eingebaut habe neuen arbeitsspeicher fetzt fetzt meine kinder fetzt wir fangen direkt wieder mal an wenn wir eigentlich klasse ändern jawohl wir können bogenschutz mal spielen machen wir dann auch du wirst dann langsam schütze gespawnt aufs maul hier direkt mal zack achse im kopf aufs maul hier ist was los weil hier sind nur spieler ok also keine bots mega mega so wir schießen einfach mal auf alles was sich bewegt jawohl war das jetzt einer von uns ne oder das war doch shopmonie war der von uns ja 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 ist ja ok kinaß ach schmissen achse jetzt war ich ein bisschen ach nee karl 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 da ist er doch also ja hey was soll das ja ja einfach mal hier mit dem bogen reingeschrubbt oh äh sorry 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 mein junger sorry oh wir sind so schlecht na komm ach komm ja wen ich immer treffe sind meine teamkollegen so hilfe 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 jawoll yes danke na komm oh man 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 das war die rache das war die fiese rache oh hier fettst du es hier fettst du es richtig ja ja hallo kamerad gefallener kamerad hier oh wo sind wir hier sind wir noch gar nicht rein ne so so zack ah miss 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 na zack schön schön zwischen die augen am besten in den Kopf rein oh miss ja das hat schon einer gemacht ja das hat schon einer gemacht und schön weggesnipet hier hat die 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 bogenschützenklasse gefällt mir eigentlich richtig gut man kann richtig schön schnell kämpfen obwohl ja die die nahkämpfer auch nicht schlecht sind ne also habe ich auch nichts gegen also das spiel fetzt einfach sind wir ehrlich das ist einfach mega geil sind wir ehrlich das ist doch einfach hammer hart wir müssen den leuchtturm noch zerstören aber dafür haben wir einen fahrstuhl oder professor doktor ötgar los so mal sehen was uns erwartet was wo was 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 äh ja komm wir sagen mal ja weil scheiß was immer ist immer mit wo trifft er uns immer bestimmt da drin irgendwo ne ja jetzt hat man da ja gerade abgestimmt gehabt. Äh... Was will ich, wollen wir hier... Boah, der ist richtig gut, das sind da ein Rambra. Das sind da ein Rambra. Nicht schlecht, nicht schlecht. Lighthouse. So, jetzt mal nochmal richtig schön. Ey, das war mein Kill. Den hab ich gekillt. Auch das war mein Kill. Nein! Da würde ich sagen, ändern wir nochmal die Klasse in Fußsoldat. Können wir das hier irgendwie nehmen, ne? Niederlage! Hey, du, ich boxe dich auch, du Depp! Ah, sehr schön. Da haben wir doch schon Rang 3. Neue Matchsuche in der Zeit. Wir können noch eins machen, ne? Sorry für die kurze, äh, Uhrphase von mir, aber ich esse nebenbei so ein bisschen Obst. Ich bin ein bisschen gesund. Also nicht so fett bei uns. Bitch of Bowrin. Oh, wir rennen einfach mal vor und gucken mal hier, was passiert. Schön aufs Frey-Spread. Nein! Lass mich doch mal runter, ey! Okay. Ah, Mist! Mist! Ja, ja! Jahrhahaha! đã! Äh, das... Jawoll! Da ist noch einer, noch einer! Hier, zack! Axt in der... Jawoll! Nice! Mist. War ghostig von uns? Ah. Ah. Ach Mist. Ah, ich hab mich verdrückt. Ich drücke immer F und muss aber G drücken. Ich will immer F drücken. Warum auch immer? Hey, brauchst du das noch? Okay. Ich nehm's mir mal, ne? Ähä? Okay. Ach Gott. Fuck. Immer, immer von hinten dann. Damit rechnet nämlich keiner, weißt du? Und er macht's. Er macht's einfach. Er macht das einfach. Das gibt's nicht. Ach, dafür kriegt er Lob. Ah, da kannst du nichts machen, ne? Da drei Stücke auf dich zurennen, da kannst du nichts machen, ey. Das geht, das geht einfach nicht. Das ist geil. Hä, wie kommt denn der mit dem Pferd auf die Mauer, hä? Egal, hoch. Hilf deinen Buddies. Zack. So, einfach mal auf. Hier ist ein, hier ist ein. Ja, da. Zack. Streitkolben. Und dann hier, zack. Ich brauche ne Waffe, ich brauche einfach ne Waffe. Fuck, 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 fuck. Ich brauche ne Waffe. Wo ist deine Waffe? Ja, da. Ist doch was. Ja, ist doch okay. Ist doch okay. Ah. So. So, man muss auf jeden Fall, in dem Spiel ist mir aufgefallen, wir müssen verdammt viel blocken. Verdammt viel. Das, ah. Ah, das kriegen wir gut hin. Wir gehen hier hoch, der interessiert uns erstmal nicht, der ist sehr viel zu schnell. Viel, viel, viel zu schnell. Es sieht gut aus, nur 47 Sekunden. Oh. Was. Grox. D WORK Schnell weg, aaaah! Scheiße! So, da sind sie noch 5 Sekunden, das schaffen die nicht mehr! Ah, wir sind ganz unten, aber egal, egal! Chi-Chi mal wieder! Ah, wie sie sich mal fertig machen! Ah, sehr schön! Und damit würde ich auch sagen... Äh, ne, nicht Spiel verlassen, oder? Doch! Äh, und damit würde ich ja sagen... Gehen wir noch schnell ins Hauptmenü und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zu Chivalry 2! Jaaaiiii!